Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um das versprochene Gewinnspiel von den drei Dune Keys, die ich gerne vergeben möchte. Ich habe vorhin gestreamt und habe angegeben, dass drei Keys per Gewinnspiel an jemanden von euch gehen. Ungefähr ein Drittel der Leute, die zugeschaut haben, haben sich auch angemeldet. Es war aber leider ein Stream am Morgen, deswegen haben wir natürlich nicht so viele Zuschauer gehabt. Daher nur vier Leute. Wir lassen dennoch das Glücksrad entscheiden. Drei Leute können immerhin gewinnen. Einer geht leider leer aus. Das tut mir dann an dieser Stelle auch wirklich leid. Aber ich habe nur drei Keys vom Entwickler bekommen. Auf diesem Wege auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön dafür, dass ich überhaupt diese Keys vergeben darf. Ja, wir fangen jetzt einmal an zu drehen. Und zwar ist der erste Gewinner... Tamborius TV. Herzlichen Glückwunsch. Ich mache mal eben ein Häkchen bei mir dran, damit ich das auch gleich noch weiß. Und der nächste... Ja, das geht natürlich nicht, dass man zwei bekommt, deswegen drehen wir nochmal neu. Episode 1 LP. Herzlichen Glückwunsch auf diesem Wege. Und der dritte Gewinner und damit auch der letzte Gewinner der Keys wird sein... Mania Drone. Herzlichen Glückwunsch auf diesem Wege. Es tut mir leid, Bierfliege84. Ich hätte es dir natürlich auch sehr gerne einen Key gegeben. Aber ich habe, wie gesagt, leider nur diese drei Keys gehabt, die ich verschenken konnte. Danke an alle, die teilgenommen haben. Und wir sehen uns dann entweder auf meinem YouTube-Kanal oder auf Twitch. Bis dann! Ciao!